Hier der Besuch ist fakultativ. Als Eintrittskarte bezahlt man 15 Pfund. Das sind die Euro 2 Euro. Wenn Sie Fotos machen wollen, kauft man eine Karte zu 5 Pfund. Wenn Sie filmen wollen, kauft man eine Karte zu 5 Pfund. Mit dem wir hier sehen, dass der Karte zu 5 Pfund ist. Und an einem Karte zu 5 Pfund. Die Karte zu 5 Pfund, die Karte zu 10 Pfund. Die Karte zu 5 Pfund. Die Karte zu 5 Pfund. Das ist die Karte. Da liegt einer, so ein Hai, oder? Oh, der ist ein Ammusler. Ammusler, hier. Vielen Dank. 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 ... 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